hallo meine lieben oder ist ein paar ich habe gesehen weil oder sind drei stück dahin wir sind wieder da und wir bauen heute unser haus damit mich geschützt sind nämlich vor diesen kippen da hinten das ein skelett noch und noch das noch ein creeper zwei handel schon gekühlt das noch das skelett hier ich hasse creeper noch einer den habe ich zu spät gesehen vor allem taucht ihr auch immer plötzlich in einem ruf der wollte sie abgraben noch aber trotzdem ach meine nase so jetzt habe ich keine erde mehr ach nix ich habe noch also speedy baut hier was drauf ne da baue ich drauf wie die voltier was draufbauen ja da so mehrere häuser über eck okay ich weiß bloß nicht ob ich schon noch eine tasche abgraben oder nicht das ist dir überlassen ach so ich habe ein paar steine in den ofen geballert mal gucken ob die fertig sind steine in den ofen geballert mal gucken ob die rohsteine lassen soll oder kann man hier bei dem auch die rinde abmachen bei denen oder ist das geht das bei denen jeder noch nicht ich glaube nicht kannst du mal versuchen aber ich weiß ich glaube noch nicht das geht ich habe da ernst würde weiter denken das ist die 11 12 noch ich bin mir jetzt nämlich 100 prozent sicher ne das geht nicht okay das geht nicht schade 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 ähm ok was nehme ich denn dann als umwandlung weil stein finde ich schon wieder zu massiv für ein strandhäuschen ist das zu massiv oder als fundament meine ich stein oder soll ich lieber hier dieses eichenholz nehmen als fundament wir gucken mal was besser aussieht so so ja doch ich würde schon so ich mach das so ich glaube dann reicht aber das holz nicht weil stein finde ich wäre zu massivs als boden ja wir nehmen das holz ja 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 was von haus baust du da hinten hin das könnte gerade so reichen ja das reicht tatsächlich gerade so ich habe keinen platz mehr inventar voll inventar voll ok was sehr schnell gemacht hier den buden rein wo ist meine picke nicht picke meine axt so 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 gut ähm ja drei hoch muss es auf jeden fall sein so 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 ja ich, ich ähm, nein, ich gehe da nicht hin Oh, wow. Wir werden es suck. zwei spinnen doch irgendwelches getehr gut ja enderman wo sich das eben los enderman mittlerer tuba weg ist er auch gut und 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 so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ja so kann man es eigentlich auch machen dann mache ich hier so eine treppe hin und hier hier kann ich nichts mehr draufsetzen ja muss ich wohl oder übel an den rand und voll tatsächlich ich brauche seine die mache ich hier draus das war falsch ich weiß nicht wieso aber ich mache das immer falsch und wenn ich dann das tor haben will dann mache ich zäune wenn ich zäune will dann mache ich das mache ich tor weiß das ist so blöd einfach und was sagt unserer zeit oder hast du nicht auf doch wir haben gerade 20 minuten erst wie komisch oder habe ich stufen oben angesetzt ich weiß es nicht mehr wahrscheinlich schon muss ich hier überall nochmal eine stufe drauf setzen nein das will ich eigentlich nicht ja okay das kann man so machen das geht das geht das geht Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, okay, einigermaßen. Jetzt brauchen wir hier aber noch Stutzpfeiler. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah, da ist. Oh nein, Creeper. Creeper und Skelette. Komm von meinem Haus weg, du scheiß Fieber. Oh, Schande. Schon meiner ist kaputt. Wo bei mir rumgeschlüchen ist. Bei mir platzen die immer. Ah, ich weiß nicht, wo er ist, wo er jetzt hingelaufen ist. Ich hab da nur noch eine Spinne. Schlaf schnell. Ja, das sind zwei Skelette, wo direkt Türme. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, ich weiß nicht. Wie... Okay. Ja Ja Was ist das? Oh, feuer weg. Aschgesicht. er ist kaputt gemacht 73 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 18 18 19 20 20 22 24 27 28 28 29 30 30 30 31 31 32 33 33 35 Hey, das ist ein P... 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 14 15 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hier viel zu massiv. Nein, das geht nicht, das ist viel zu massiv. Was machen wir denn dann? All. Oh. Gut, das wird das. Gut. Ich lasse das mal so. Mein Haus steht fast fertig. Fast. Ich weiß nicht wieso, aber Speedy ist unmöglich. Warum? Ist er schon fast fertig mit seinem Haus. Ich habe schon noch gar keine Türen drin, aber schon mal gerade in der Zeit, wo ich das eine gemacht habe, habe ich mal Glas wenigstens gebratscht. So, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ja, ein bisschen habe ich schon so ein bisschen, also wir machen es auf jeden Fall noch, verschönern das alles noch. Das ist nur jetzt so ein bisschen Hohbau und ich habe schon so bestimmte Vorstellungen, wie das ungefähr aussehen soll dann, wenn das dann hier fertig ist. auf jeden Fall. Dann sage ich mal dann erstmal bis zur nächsten Folge. Ja, ich auch. Wirklich? Ah? Ja. Tschüss. 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 Vielen Dank.